Moin Leute, ich bin der Elsie von Saltatio Mortis, wir sind heute hier auf dem Meraluna-Festival und ich mache mit euch jetzt eine kleine Nightliner-Tour. Hier ist schon mal der Herb, das ist unser Busfahrer. Bester Mann, ohne den würden wir nicht vorwärts kommen. Hier ist quasi so der erste Aufenthaltsbereich im Untergeschoss, wo unsere Techniker meistens ihre Zeit verbringen. Und hier hinter befinden sich dann auch schon direkt die ersten Betten, das sind die sogenannten Kojen. Die Privatsphäre besteht aus einem dünnen, seidenen Vorhang, dem man dann zuziehen kann, dass man seine Ruhe hat. Hier ist der größere Aufenthaltsbereich. Es ist jetzt peinlich, weil da hauptsächlich nur Wasser drin ist. Ja, das Bier wird dann später vom Busfahrer immer nachgefüllt. Jeder hat hier so seinen eigenen Sitzbereich. Also zum Beispiel sitzt hier immer der Luzi. Da vorne am Fenster sitzt immer der Till. Ich habe eigentlich nicht so einen festen Sitzbereich, weil ich immer meine Kollegen nerve und da renne ich wirklich immer von einem Platz zum nächsten. Der Fernseher ist da. Allerdings kommen wir tatsächlich kaum dazu, den zu nutzen. Selten wird da mal ein bisschen playsy gezockt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und bis bald!